Drucken unter Android, das ist leider nicht so schön gelöst wie unter iOS. Ich bin wirklich kein Apple-Fanboy, das Zeug ist mir viel zu teuer. Aber man ist da leider auch Herstellungslösungen angewiesen. Und wie das mit Android und Hewlett Packard Drucker geht, das zeige ich dir in dem Video. Um von deinem Android-Smartphone aus auf deinen HP Drucker drucken zu können, benötigst du die App HP Smart. Falls diese noch nicht drauf ist, kannst du dir die über den Play Store installieren, wie du jede andere App auch installierst. Wenn du die App öffnest, dann hast du hier die Möglichkeit, über Drucker hinzufügen einen Drucker hinzuzufügen. Du kannst jetzt einen Drucker, falls der noch nicht eingerichtet ist, frisch einrichten. Oder ich befinde mich jetzt hier im gleichen WLAN wie mein Drucker. Dann kann ich einen Drucker hinzufügen, das Netzwerkverbindung bereits besteht. Ja, das ist der, der da schon da ist. Und das ist dann eigentlich auch schon alles. Ich habe hier ein paar Kacheln, was ich machen kann. Ich kann zum Beispiel etwas drucken, Dokumente drucken. Er bietet mir jetzt nur PDFs an. Immerhin kann ich jetzt auch, du siehst links oben der OneDrive, auf meine OneDrive oder andere Cloud-Dienste, die natürlich hier installiert sein müssen, zugreifen. Ich könnte hier an der Seite auch aufklappen und kann auf lokale Dokumente zugreifen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, mal wieder zurückgehen. Wo war ich? Ich war irgendwie im Auto. Dort zum Beispiel Rücklicht. Gehe auf die Druckvorschau. Klicke hier oben auf das Druckersymbol und dann wird das Dokument an den Drucker geschickt. Damit das aber funktioniert, musst du bei HP ein Konto eröffnen. Das ist zwar ein Gratis-Konto, aber warum man da jetzt einen Benutzer noch eröffnen muss, erscheint mir sehr fragwürdig. Aber ja, von mir aus. Ich hatte auch schon ein Problem, dass ich, wenn ich in das Drum gegangen bin, dass dann die App irgendwie keine Datei mehr angezeigt hat, musste dann das Handy neu starten. Da funktioniert AirPrint halt unter iOS tatsächlich deutlich besser. Soll jetzt kein Gebäsche sein, aber das sind so die Erfahrungen, die ich bisher damit gemacht habe. Den ein oder anderen Macken muss man sich halt leider gewöhnen. Das war's. Dazu schau dir gleich das nächste Thema an. Ebenfalls sehr interessant. Video wird schon eingeblendet. Wir sehen uns dort. Mach's gut, bleib gesund. Ciao. Video rope, bleib gesund. Und wir sehen uns da.